Das ist ein Golf 3, 16V. Wir sind in der Gruppe H bis 2 Liter Hubraum, etwa 250 PS. Ja, leider sind wir mit etwas Teilnehmerschwund unterwegs. Wir haben derzeit nur zwei Autos in der Klasse. Das ist der Opel Manta und unser Golf, die alten Haudegen. Wir sind in der Klasse. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018